hei hei tach leute zusammen es sind da der wiki und ich der alte wikinger phil hallöchen wir sind hier immer noch auf dieser insel wo die weißen berge da hinten und blauenberge heißt es war ist ja egal wo das hochgebirge ist und wir ganz viel silber gefunden haben und das silber was wir jetzt schon gefunden haben hat war hier eine trube drin und das ist jetzt aber da im schiff drin und deswegen werden wir das jetzt hier abreißen genau und das portal bei dem silber hinstellen weil das halt dann einfach ein viel schnellerer weg ist so nach hause dann können wir die steine schneller ablagern und so alles kriegen wir auch vergiftung und das ist halt dann einfach besser auch zum reparieren und so genau 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 schneller weil ein tipp von ich weiß es jetzt gar nicht mehr soll ich schon mal anfangen fahrrad reiß ab die kiste hier noch alles kaputt und ach nee kann ich jetzt nicht schauen weil dann ist der junior weg von a.i. wie heißt er junior hat von a.i. cat richtig glaube ich war das genau auf jeden fall auch der tipp stellt einfach den ganzen klatterer dach oben wurde silber ist sind dann könnte eben auch schnell wieder zurück weil das was wir an steinen dort auch rausholen werden wir später auf jeden fall auch für die aufbauten in unserem ja später community dorf brauchen denn auf geht es nach oben jeder hat was zu essen ich nehme schon mal den streitkolben und dann auch schöne lecker eiscream auch richtig eiscream ist halt sehr gut ausdauer und im eisveum brauchst du eigentlich schon gut ausdauer dann lass mir auch mal na ja 65 ausdauer 65 das ist richtig dick eiscream reinziehen weil beim wegrennen bin ich doch mit einer der naja naja wir machen das hüft häufig irgendwas ist gerade hier kaputt gegangen hast du das gehört da unten ja da ist irgendwas kaputt gegangen irgendwer bekloppt sich hier scheiße hier wir brauchen das selber was brauchen wir selber wir brauchen das selber deswegen ja ja jetzt müssen wir das wieder finden ok obsidian hat er ja gesagt auch mitnehmen ne ja obsidian nehmen wir auch mit ähm oh ich höre nen draken und ich sehe nen wolf oh den habe ich aber diesmal habe ich nen oh und der hat mich und ich habe ihn auch wieder ok gleich mal aufgenommen und jetzt schnell was futtern was nehmen wir denn hier nehmen wir den hirsch eintopf auf jeden fall ok du hast jetzt gerade den drachen am wickel halt ne 5 ne 4 oh scheiße ich muss das die tasten wieder klarkriegen wo bist du überhaupt du machst gerade obsidian oder was ne ne aber jetzt muss ich obsidian Tachchen und Leto 20 Mahlzeit oh ich habe keinen Platz im Inventar weil ich das ganze Holz habe fahrer komm mal hier hoch wo bist du eigentlich ja 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 ich sehe dich ich sehe dich alles gut hinter dir ok warte dann nehme ich hier den drachenkram mit hey zur not lasst uns erstmal oben aufbauen ja ja ich will jetzt auch neu aufgehen Knochensturm moin 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 oh Drache wie du siehst Knochensturm nichts angeln aber auf die Knochen jetzt hier trotzdem super easy alter das ging ja jetzt fix oh guck mal hier ist das ist ja alles voller Blut was oh kannst du ja danke ja wir müssen doch das ist die erste Grube ok ist das hier oben ja ja das ist noch weiter oben das war die allererste Grube die wir gemacht haben ja 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 das ist ok hier ist allerhand obsidian das werden wir mitnehmen hier guck mal hier ist die zweite die ich jetzt komplett ausgekramm hab letztes Mal das heißt hier hinten ok oh ja oh mein Gott hier ist ja noch echt viel Silber ok es heißt hier irgendwie das Haus ja bau hier hin bau hier hin hier ok ja ja bau hin ähm hier hier sind wir schön geschützt unter den Bäumen der tut nicht weh der Schnee zack hä dann haben wir auf jeden Fall nochmal obsidian ok ich kann nicht überall was hin platzieren ja ne ich brauch das da die Nummer 7 aber du musst mir helfen oh 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 ja warte 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 ich hab grad was gehört wenn ich sterbe dann musst du weiß nicht ja dann kannst du es aus ich wieder überleben ja auch ich höre irgendwo hier einen Drachenkrane aber was war das für eine Zahl 8 sehr gut ok ok da unten ist ein Drachen den nehmen wir erstmal denkste erstmal den da oben und Schussbrauner wo ist der andere oh da ist er oh was für ein Glücksschuss aus Versehen ok wenn du die Truhe hast sagst du Bescheid Irlan ja ja warte mal das nächste Ufer also hier liegt unser Schiff das ist auch die kürzeste Strecke zum Ufer wir hatten ja hier ah hier steht es sogar noch Silberhütte die stimmt jetzt gar nicht mehr die müssen wir mal weg machen junger Mann ja komm mal dann zu mir dann kannst du es hier hin machen ja ich mach jetzt hier wieder die Silberhütte hin so komm zu dir ja oa oh nice es wird doch bald dunkel warte mal hier haben wir nochmal Obsidian ne ist bloß ein Stein oh kacke was ist da unten alles drin Steine Silber ok mal gucken mehr kann ich jetzt nicht aufnehmen dann nehmen wir schon mal halt der Bogen ist so viel den Bogen in die Hand da unten war nochmal Obsidian genau also wir hatten da unten ja schon unsere Hütte gehabt und die Hütte haben wir jetzt einfach abgerissen und setzen die hier hin ich weiß bloß nicht wie ich da reinkomme oh Achtung Drachen ich höre einen ich höre einen sehe bloß keinen da ist er machen wir gleich weg ehe der ihn auf den Sack geht ok ja Treffer cool 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 alter hast du geschossen ok dann ist der vom Gift abgeschmiert krass nice so den Stein konnte ich noch aufnehmen da können wir nochmal Obsidian weg hatten kein Obsidian noch ein bisschen Licht hier damit die Leute auch was sehen so Tür zu und Ruhe ist jetzt brauchen wir bloß auch eine Truhe und ich gehe das Feuerchen hier zum mache ich warte kann ich hier auszoomen? ok machen wir die noch hier zack und dann kommen oder doch komm ich mache einfach hier und patsch hallo stop ja ja ich will bloß an die Truhe weil ich das das krasse Zeug schon mal rauspacken weil den Rest kann ich ja mitschleppen so dass es jetzt eh arm wird gehe ich mal hier durchs Tor junger Mann na warte nimm doch noch die Steine mit und so ja habe ich doch ich habe doch einen Sack voll ja ok nee warte ich komme zurück ich kann mehr Steine mitnehmen hast ja recht hast ja recht mittlerweile braucht er 1,4 Sekunden zum speichern krass ja umso mehr wir hier erkunden desto länger braucht er ja 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 ne hier ist nur noch ähm Silber drin ja dann packe ich das ein so weit wie ich es kann ja das kannst du achso ja stimmt dann machst du eine Truhe genau so ich höre was heulen bin irgendwie nicht länger ausgeruht macht nichts jetzt eh ins Bettchen oh nein jetzt komme ich da nicht hoch gehüpft komm komm ausdauer hüpfen gut hör zu hier ah ja auf jeden Fall noch mal ein Feuer hier hin machen ok ne einfach durchgehen oh ich wollte eh drücken um da durchzukommen den Händler haben wir schon ja ja den Händler haben wir schon genau genau ja ja der Junior der hat einen Kater nein glaube ich nicht aber der fühlt sich an wie ein Kater so ähnlich fühlt sich ein Kater an freu dich schon mal ne will ich aber nicht ja sollst du auch nicht gut das packen wir da rein das Obsidian ist auch bei uns in der hätte ich schon mal rauspacken können und dann wieder zurück und ach ok muss ich das wieder eingrooven Jungemann hm das Obsidian ähm wir machen da noch ich mach die einfach mal zu den Wölfen da rein und dann mach ich die mal in der Extrakiste scheiße die Steine sind voll ja ja muss ich da weitermachen ja ok Obsidian zu den Wölfen wir haben schon irgendwo Obsidian ja hier dein Gold das nehmen wir denn da raus lass uns da eine Extrakiste machen weil das wird schon ja 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 mach ich mach ich ausreichend sag ich mal mach ich dann Tür auf Tür zu Fackel aus oh und jetzt hier ins wohlige Bettchen ok wirre Träume so ich muss auf jeden Fall noch reparieren alter hast du schon repariert ähm glaub nicht jeder abhaust aber mach ich noch zu weit weg zu weit weg schmiede nice noch irgendwas im Mädel behalten alter hm du kannst ja unsere Turmfeuer leuchten immer noch sehr schön Bettere Bessen äh boah gattchen alter was war das gerade was weiß ich auch nicht bessere Betten Bettere Bessen gibt's bessere Betten äh äh bessere Betten ja genau bessere Betten was ja bessere Betten bessere Bessen nein jetzt hier auf hier äh ähm ähm ja super ähm oh ne wofür kostet der so ich hole mal noch eine Silber von unten eh war das hier irgendwie liegen lassen alter jetzt kommt hier ein Schneesturm echt jetzt muss das sein äh 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 ich trage zu viel echt sechs ach man ähm ja also wir könnten uns ähm ähm lecker meet machen damit könnten wir viel schneller ähm abbauen also das die Ausdauer die tut halt bloß 100% ähm schneller regenerieren aber dafür ist halt die Regeneration der Leben minus 50% aber die brauchen wir eigentlich beim Hauen nicht wirklich beim Hauen brauchen wir die nicht wenn wir uns hauen brauchen wir die schon ja und wenn die du weißt schon wie ich mein ja 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 dann das bekommen wir dann schon hin weil ja wir müssen auch nicht ja mach das mal teste das mal ich gucke mir das mal an sonst können wir auch geringe Ausdauermeter aber das macht einfach nur mehr Ausdauer was aber jetzt auch nicht also ja und gucke hier von Erlan nee von Leto noch ein Tipp das war schon die ganze Zeitsage ich muss das beschriftet haben ich will da eigentlich lieber irgendwie so Items ein weil man das dann einfach schneller sieht aber Items das geht doch nicht oder man kann halt so auf dem Boden doch man kann eigentlich glaube ich fast jedes Item also ich kann lesen du kannst lesen ja kann man schon machen ja dann mache ich das bei immer ja mach das mal bei Gelegenheit ich glaube hier ist gerade wieder in Aua ja ich werde gerade beschossen ziemlich übel beschossen da ist er verpiss dich adios Brauner ich hole die später ab hab jetzt gerade keinen Bock dazu ey keinen Nerv und ich noch mal schnell wenig oh ich sollte essen ganz wichtig ah guck mal was Leto geschrieben hat das ist zwecks äh Eikens hä oder meinst du das Leto geht Kupfer plus 1 Edelholz glaube ich hä Ständer auf dem Boden ach klar das was wir auf dem Tisch haben wo der Fisch drin steht ja eben meine ich doch ach so da da kann man alles reinmachen das ist ja so geil dann kann man so thematisiert unten auf dem Boden irgendwie so Schneelandschaft machen und dann ist diese ganze Reihe sozusagen ähm Wolfszahn Wolfsfell äh dieser Kristalle Obsidian und so dann weiß man das sind die Sachen da ist das drin ja kann man bei anderen irgendwie ein Rehgesicht oder ja irgendwas halt irgendwie so Rehgesicht machen dann weiß man da sind drauf fehl ja so warte mal jetzt wollte ich hier die Wünschelrute mal wieder anlegen warum hast du es nicht markiert was doch doch das ist alles hier irgendwo muss bloß selber mal ah guck an der Opa schlumpft der spielt auch Valheim gerade äh warum ah ja stimmt die Silberader hier jawohl ach nee halt das ist ja drumherum freilegen und dann ja genau machst du noch einfliegen und schon haben wir Silber Silber Achtung da lang da ist auch Silber okay das ist alles Silber äh ich würde einmal nach ganz tief nach unten und dann alter ich kriege hier schon wieder so ein bringen noch eine ach nee warte hast du die anderen schon oh 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 was war das jetzt so ein Drache ja ja ich weiß hast du die anderen Silber dann schon berührt ich glaube ja das ist blöd dann ist noch eine da ja klar ist da noch eine da noch eine die wir nicht kennen ja sag ich doch voll daneben stirb jetzt langsam du kacktrache ja so gefällt mir das vor die Füße nice ich hätte die andere auch noch nicht anditschen sollen weil jetzt muss ich erstmal gucken wo die liegt ey kacke das war schon so ein bisschen ein Fehler ach so du hast nicht markiert ja auf der Karte ist es natürlich markiert aber die liegen alle sehr nah beieinander wie soll ich die markieren ja du sollst die genau auf die Mitte stellen und dann genau dich markieren ja ich weiß habe ich ja aber alle die zwei die ich bisher hatte also hast du da jetzt mehrere Punkte weiß ich nicht hä einen haben wir noch einen Punkt ja du hast alle mit einem Punkt markiert das darfst du nie machen aber nie machen paar kommen hier nach unten jaja ich bin dabei ich bin dabei ich bin jetzt nicht einfach mal kurz die Mengenjade an dann können wir nochmal gucken weil wir wissen ja dass das hier Blink macht oder es resettet sich wenn man die Welt neu lädt ne ne die Ader hier die hat nix an die ging gemacht nix von daher finden wir schon irgendwie kann ich manchmal nicht tiefer graben das ist Ende der Welt nein das das ist genau der gleiche Boden oh oh da war irgendwie gerade ein Wolf oh Wölfe 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 die springen ja schon rum jetzt lass mal gucken wo ist der kann sein dass der da runtergefallen ist oder so oh da oh da oh da Alter bist du fies ey ja ich kann die wenigstens dann naja ich weiß nie was du hast ja doch konnte ich auch vorhin ja dann passt doch ja so jetzt lass mal gucken hier da hängt er noch drin das muss alles weg oh mein machst du den gerade fertig? nein dann krieg ich auch nicht die kreisen irgendwie über die Tua ich höre schon wieder Wölfe Papa kannst du bitte mal aufhören? was denn? ja guck mal hier über die kreisen Täule und Wölfe kommen gleich Wölfe kommen? ja haben wir gejagt? nein na das ist doch gut guck im blauer Himmel ist doch alles schön hier komm hier ey kann doch nicht sein dass Silber so rutschig ist so der ist weg mit dem Wölfen ich sehe sie nicht da ist einer ja da stehst du jetzt ne und wirst hier feiltechnisch mal so und tot so und weiter wird gemeint ok jetzt müssen wir hier unten noch irgendwie ich weiß nicht ob die sogar übereinander liegen die drei ich glaube wir kommen gleich noch eine zweite zum Vorschein ja die kann sein wirst du ja ja die treffen sich hier wo? da oh ja oh ja cool 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 also Glück getroffen hatte ich die schon aber hin und wieder kommt immer noch so ein so jetzt habe ich es auf jeden Fall getroffen guck mal hier komme ich nicht tiefer hier kann man hier kann man nicht tiefer basteln guck mal das hier so ist das Silber hier muss ich wahrscheinlich von Hand machen macht das äh Irlan ja haben wir haben wir die Hütten haben wir durchsucht also wir waren jetzt noch nicht bei jeder Hütte es gibt äh noch ein paar Hütten da müssen wir noch hin Zwiebel ja hey Alter ich brauche Zwiebel aber wir erkunden ja das Eisbium denke ich noch komplett oder? ja ja wir gucken da schon nochmal nach da ist gerade ein Baum runtergekommen na aber jetzt heißt ja erstmal kurz ein bisschen Silber freilegen ok 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 ich werde ziemlich übel ballert gerade wo ist er? hey vier nehmen den Bogen jetzt komme ich hier nicht raus so wo ist er? ok das ist jetzt irgendwo da über mir ist er Drecksau komm aua hast du ihn? ja aber das ist sonst wie weit weg geglitscht abglitscht da hinten zum Beispiel das Ding haben wir noch nicht und da oben hinten steht auch noch so ein Teil oh echt jetzt noch einer oh oh hier ist gerade was ziemlich krass zusammengefallen ja ja habe ich es gemacht ok so ich versuche mal hier wieder raus zu kommen könntest du andere auch schon kaputt gehen? glaube nicht weiß ich nicht also ich würde jetzt mal hier die ganzen Steine aufnehmen und nach Hause bringen ich mach das ich habe gerade ein intensives Gespräch mit so einem Kack Drachen hier komm schon und Schuss na gut der ist nicht so weit gefallen ok ich bin voll ich soll mal hier gleich aufnehmen du sollst doch nichts trinken alter achso ich bin auch voll aber warte mal ich werde mal die Bünschelrute wegnehmen ja wie dann kann ich voller sein was? oh oh mein Gott ey ja sauftrop ich glaube ich würde dann auch irgendwann mal eine komplette Reihe einfach nur für Stein machen oder? ähm so warte mal da kann ich erstmal das ja 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 mach das ok dann nehmen wir jetzt so hier Stein Obsidian und das da passt sogar alles und los ich repariere ich bring das da hier nach drüben genau unter uns das haben wir äh schon und Nitrinax Nitrinax servus moin moin äh ok das ist ja dann einmal hacken ok oh hast gelesen Nitrinax hat äh dir erklärt warum du nicht tiefer hacken kannst damit man sich nicht einmal durch die äh ja 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 aber Scheibe arbeitet hier die Weltscheibe achso ich denke da hätte man schon noch ein bisschen tiefer gehen können na gut das musst du alles ja ins Geht mit reinnehmen ja ja stimmt schon aber ich es kann ja sein dass wenn die Silberader so ganz nah am Hang ist dass die auf einmal zur Hälfte in unzerstörbaren äh Dings hängt mhm wo ist das Obsidian hin? ähm zu zu den Wölfen und Zähnen ganz oben ah stimmt das und das bringen wir woanders hin ja das wäre ja auch blöd ähm dass du dann halt einfach die halbe Ader nicht abbauen kannst ja nee nee alles Silber kannst du abbauen das Silber ist in der Ebene hat ja Leto auch gerade geschrieben ah ok genau ja dann geht das da ist wahrscheinlich auch Silber meistens nicht am Abhang aus außer es guckt halt aus genau nochmal erladen also ähm unter uns glaube ich haben wenn wir schon die Blockhütte zumindest da ist eine die sieht aus wie eine Kirche die haben wir in die eine Richtung sind wir noch nicht so weit gegangen glaube ich ok wir brauchen eine neue Fleischbox Fleischbox ja achso ja ich lege das mal da rein nehmen wir noch den restlichen Hirschbraten Hirschbraten haben wir nicht mehr füllen noch die Würschchen auf äh Hirsch Eintopf haben wir nicht mehr ja da kann ich was machen die werden wir gleich mal reparieren gehen wenn wir schon mal hier sind ich weiß ich bin nicht mal ausgeruht dann gehe ich ich gehe kurz mal nach Hause und lege mich für ein paar Sekunden ich hau sie aufs Ohr ja dann bin ich wieder ausgeruht dann tue ich viel schneller regenerieren ja ja dann mach das ich mach weiter regeneriert wird erst Peter alles ok 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 aber Kupfer wenn äh also äh Nitrinax äh das heißt das Kupfer kann ich dann aber auch nicht mehr abbauen wenn es tiefer geht kann das sein das ist ja blöd deswegen mit einem Bumm äh zertüdeln lassen oh es wird schon mal erarmt sehr schön oh kann ich hierbleiben ne im Grunde genommen kannst du da bleiben ich würde jetzt hier nochmal reinhüpfen ach ne komm ich komm noch was ich hier nehme keine ging noch komm da raus da unten die Blockhütte die haben wir noch nicht komm da gucke ich jetzt noch fix hin es gibt es gibt es gibt genug Kupfer genau Kupfer gibt es eigentlich ist ja ok ist das hier wow 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 ok ne zu der Hütte wollen wir gar nicht alter ich wollte gerade sagen ist das ein riesenklopper obsidialen aber nein oh und da kommen drei Drachen drei Drachen und ein Golem und die Drachen die Drachen haben Spaß mit dem Golem echt jetzt ja oh mein Gott wen helfen wir jetzt niemanden wir gucken dazu ok ist alles Entertainment wo bist du da ja ja gut aber bin ich zu nah ran ok jetzt hat der Drache mich aber äh zwei Drachen haben mich drei Drachen haben mich kapisst euch oh der Steingolem ist rechten oh ne ist er low oh ne ich weiß nicht was er nahe ist aber ich weiß er gar nicht ok der eine Drache den hat's wollten wir auf ihn schießen ne machen wir jetzt nicht lass mal einfach auf boah hat der Steingolem den weggefext hab ich den jetzt nicht getroffen hier aber warte Steingolem ist ja jetzt nicht mehr bei der Hütte oder oder setzt er sich wieder dahin ja 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 das ist seine Hütte echt jetzt setzt er sich wieder dahin Knochenwanzt an und dann Steingolem mit Spitzhacker das stimmt das könnte man machen naja was gut ist ist ja sich auf den Steingolem drauf zu setzen oder halt drauf zu stellen und dann wirklich ja ja kann ich doch mal alles gesehen hast aber dann lasst es lieber morgen machen genau was ich heute kann besorgen schaffe ich auch noch morgen so silber das da ja ich will immer E drücken um durchs Tor zu gehen mein Gott so Leute also es ist nachts das heißt jetzt nur für die YouTube Leute wir verabschieden uns genau wir haben auch ein bisschen Action erlebt und hier nicht was wieso schießt du hier nee nee reicht nicht irgendwer anders ist hier unterwegs und das ist auch nicht das Geräusch im Schuss okay hier ist so ein hässlicher bei uns in der Hütte ey der schmeißt schon mal da so ein unser Gartenzwerg Arschloch äh du bratest ja okay du passt da auch sehr schön machen wir gleich sehr schön ich hab gar nichts dazu also nochmal es sagen jetzt nehm ich ciao ciao der der ja und ich der alte also haut rein lasst noch oben da gerne Kommentare und noch viel lieber ein Abo wenn wir uns sehr drüber freuen also ciao 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 tschüss tschüss